Das ist ja der erste Raum, da geht ja in Antilvox hin. Das ganze Kommando. Raus, muss raus. Morgen Jungs und Morgen Mädels. Wir spielen mal wieder SAP Containment Breach. Wir haben eine Custom Map erhalten von einem Zuschauer namens WithNoSense. Da ist sie auch schon. Gleichzeitig haben wir noch Bilddateien reinkopiert von Alex B. Ja, das habe ich schon ewig. Intro, nein. Ja, nein, nein. Ohne Intro. Jetzt ging ja darum, der Alex hat mir mal Bilder geschickt, die ich einfügen sollte. Und das war ein Easter Eggster, die wir finden sollen. Und das machen wir jetzt wieder. Ab jetzt. Wisst ihr Bescheid. Wenn wir so weit kommen. Das ist eine Custom Map, kann ja alles passieren. So. Also, Startraum. Hier ist nicht Box of Horrors, ne? Nein. Auch schon lange nicht mehr geschickt, wie normalerweise. Ja. Oh Gott. Ach nee. Stell dich in die Ecke. Drei Batteries. So. Okay. I got this. Ich gehe jetzt rum. Da ist der Anfang. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt auf dem Weg versage, dann gehst du das nächste Mal links rum. Wenn ich das zweite Mal spielen. Das ist eine gute Idee. Jetzt würde ich aber mit. Und da kommen wir her. Oh, da geht es schon in die nächste Zone. Da kommen wir gar nicht durch. Oh Gott. Oh Gott. Don't like. Angst. Bruselig. Da ist Blut. Da liegen wir von der Decke periodiert. Das kam auch nicht von ewig nimmer. Das wc. Warum nicht in diesen random maps? Ey! Der fack hat das. Das hat einen Fehler in der Matrix. Oh, jetzt. Hä? Oh oh. Gucken wir mal. Nein, oh. Jetzt bin ich drin. Jetzt bin ich drin. Ich klippe mich hier wieder raus. Geht nicht anders. Jetzt alle wegschauen. No clip on. Das war die Kacke immer mit den User Maps. Wenn es dann diese Überschneidungen gibt. Ich habe ja auch gesehen, in der Költe haben wir die Map kurz angeguckt, dass da alle Räume sehr dicht beieinander waren. Also die Maps sind nicht so weitläufig. Ich finde es auch blöd im Map Editor gemacht. Weil du kannst, wenn du die Räume nebeneinander bauen kannst, die Räume. Dr. Fred. Ist der neu? Ach, das ist ein Easter Egg oder was? War das der hier? Ja. Nee. Ist das ein Easter Egg? Ja, wahrscheinlich. Das ist saugeil. Der Dr. H war das, ne? Ja. Ja. Cool, Alex B. Und die anderen dann? Dr. L. Stand aber nicht da, oder? Dr. L stand auch immer da. Nicht? Dr. Larry oder so? Dr. Larry stand immer da, oder? Nein, Dr. L. Das L steht ja für Larry. Das sind jetzt alles Räume aus der Bürozone, ne? Ja. Ja, da war ne Tür im Boden. Da kommen wir gar nicht durch. Da können wir auch machen. Was? Wo? Was? Hm. Ist der irgendwo? Ich denke, ist der in dem reingeklippten Raum. Ja. Ja. Jetzt gehen wir da runter. Ja, aber ich habe keinen Navigator und nichts. Meinst du, dass mein Vortrag kommt, desto spät? Könnt vielleicht sein, dass das Ding kommt. Ja. Ich guck jetzt mal, wie weit ich komme hier. Ist ja egal. Doch lustig. Scheiße. Oh yeah. Nicht gut. Nicht gut. Wäre keiner davon überall gekommen, ne? Wenn ich so einen Schlaufen höre, dann laufe ich einfach. Ich guck mal jetzt. Kommt jetzt von vorne? Kommt gleich von vorne, ja. So wie ich ihn knelle. Ja! Gleich wieder. Was machen wir einfach weglaufen? Ja, klar. Anders geht es ja nicht. Ich guck mir mal, dass der andere nicht kommt. kommt. Das wäre der Overkill. Und der ist seltenst hier unten. Aber wenn? Das ist wie dieses Leben. Ja. Ich bin nicht selten hier unten, aber wenn nicht hier unten. Das war glaube ich beim allerersten Mal, als wir hier drinnen waren, in dem internen Tunnel. Da kamen dann beide und deswegen waren wir so. Da waren wir hart traumatisiert. Ja, da waren wir davon so traumatisiert, dass wir da nie wieder reingehen wollten oder halt nur ungern. Aber eigentlich ist das gar nicht so schlimm. Ja, am Anfang habe ich auch nur ein paar Mal geweint und so. So. Das war jetzt eine gute Ausbeute eigentlich. In der internen Zone geschafft. Ich habe hier die Pille. Hashtag da, wo die Pille ist. Irgendwie hat es geschrieben. Da bin ich einmal auch erschrocken. Tür in der Tür. Ja. Ich habe mich durchgezwinkt. Hm. Also so ein Navigator würden wir jetzt echt. Ähh. Kommen wir da durch? What the fuck. Kommen wir da durch? Ich weiß ja nicht, ob der da drin ist. Gut, das ist so viel Sinn. Scheiße. Immer diese custom maps. Wieso spielen wir die überhaupt noch? Ich blick eh nicht mehr durch. Man sollte es halt einfach nicht so bauen können. Ja. Das finde ich ein Fehler im Map Editor. Jetzt wollen wir den am besten drei Dimensionen anmachen, dass man sieht, woher oder woher... Waren wir da nicht gerade eben erst? Könnte sein, ja. Sieht irgendwie so aus. Da sind wir da. Ja. Da ist er. Du denkst so, ja? Ich habe es gehört. Du hast auch gehört, oder? Ähh. Du? Oh. Der Blickwinkel war schon hart an der Grenze. Oh. Ach, scheiße. Hm. Dann müssen wir da zurück gehen. Shit. Das war ein Kreis jetzt. Oder wie? Ja, ne? Ja. Jetzt ist es von der anderen Seite, oder wie? Ja. Vielleicht kommen wir in den oberen Raum. Ne, springen kann man nicht. Geht's da lang. Oh, da ist er. War doch nicht. Nein. Fuck. Fuck shit. Schon voll die Haar los, ey. Das ist aber keine Karte. Doch, ich habe nur wer eins. Scheiße. Dann schauen wir mal, habe ich mal umhängende Bilder, oder so? Wo... Was? Ich glaube nicht, dass da auch was getauscht wurde. Von den Easter Eggs meines mal. Ja. Glaub ich nicht. Da waren wir am Anfang, ne? Da sind wir reingegangen. Ist es jetzt schon wieder der? Hä? Hä? Ja, das ist doch bei jedem Scheiß. Eckenraum, irgendwie. Ne, da sind wir durchgegangen, oder? Ja. Die Maintenance. Und was war da? Dann kamen wir dann her und sind nicht da durch, oder? Sind wir da durch? Da bin ich durchgegangen. War das vor dem Ende nach? Ja. Ich gehe jetzt noch mal durch, auf jeden Fall. Dürfen wir dann hinfahren. Ja. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Meinst du? Aber der Dings hat noch nicht hier gesaved, contained, der Dr. L. So. Ja, eben. Gleich kommt er wieder. Meinst du? Ich weiß nicht, wenn er da schon mal aufgetaucht ist, taucht er ein zweites Mal auf. Weil dieser eine Raum da, in dem er spawnt, diese Dinge, wo du durchlaufen kannst, wo du diese schwarzen Flecken sind, dann kommt er auch nicht noch mal ein zweites Mal. So wie meine Theorie mit 173. Das ist nichts, wenn man im selben Raum spawnt. Nachdem er danach in den anderen Raum gespawnt ist, zumindest. Dr. L. kann potenziell immer auftauchen. Aber noch habe ich es nicht erlebt, bewusst. Ja, da können wir jetzt da unten durchgehen. Ja, machen wir das mal. Und da war auch nichts, ja? Ich bin so kein... Navigator. Und die Batterie, hallo. Machen wir noch. Einen Platz hättest du hier. Ja, gut. Kannst du den dann reinmachen? Ja, ich hatte noch. Das war ja Verschwendung. Achso, da hat er. Dann schmeiße ich das weg oder eins von dem da. Falls denn was Wichtiges aufzusammeln gäbe. Okay. Genau. Guck mal. Hä? Wahrscheinlich, weil wir da unten drin sind. Ne, schaut nicht später aus. Später aus. Ha. Ja, dann gehen wir da zurück. Vielleicht funktioniert er dann wieder. Und juckt seinen Fuß. Wie ich gerade soll. So, okay. Ähm, funktioniert er jetzt? Wieso funktioniert er nicht? Das ist aber merkwürdig. Der Bär? Hä? Der Bär hat nicht gewonnen. Der Navigator. Hast du mal eine Batterie rein? Probierst du mal. Ja, er hat er noch. Zwei Batterie. Voll komisch, ey. Der hat sonst auch nicht funktioniert. So. Und da kommen wir her, glaube ich. Ach, der Scherz. Das ist auch nicht besser. Ne. Ist doch behindert. Weil du nicht durchblickst. Wie willst du denn da durchblecken bei der Map? Wahrscheinlich muss er... Ah, ne. Falsch. Wahrscheinlich muss er am Anfang echt links drauf. Hoi. Nein. Könnte lustig werden. Bestimmt. Will it be fun? Äh. Kack. Das ist nicht voll, voll, äh. Der Schwachsinn, dass sie so eine Durchsage machen. Wir reden doch über Funken miteinander, oder? Nicht, dass es... Nicht so, dass jeder... Ist ja dann nicht gleich eben lang gelangen. Was war das? Hat gedrippt? Ne. Ich checke es nicht mal. Warte. Nicht fährt A. Puh. Und jetzt? Oh, da waren wir noch nicht, oder? Waren wir da schon? Da ist zu. Schaut ziemlich nach Ende aus. Ja. Endroom. Solche Dinge mit dem Blinken kommt meistens vor Gate A. Und da gerade auch fast schon? Also rechts? Ja. Bin ich gerade hergekommen. Hm. Wir sind ein bisschen lost, würde ich sagen. Ein bisschen. Ja, weil nicht mal der Navigator funktioniert. Kann man das auch ein Ding anstellen? Navigator... Oh, der ist da! Geht durch die Tür, Mann! Der ist da! Doch, der macht gerade irgendwo auf! Ach, du mal hinten. Da sind wir ja auch. Oh. Hä? Wo sind wir? Ah, der Cafeteria! Cafeteria. Ah, der kann doch da unten sein, ne? Achso, du willst gar nicht von da abgehen. Sind wir hinter dir? So, da runter? Ah, wenn die Hunde gehen, sind wir halt im Arsch. Wir sind ja ihm ja, oder? Und da unten könnte SCP-173 sein. War ja schon mal, ne? Guck einfach mal. Guck einfach mal. Guck einfach mal. Guck einfach mal. Wir haben die rote Pille. Ja. Wenn du schnell bist, kannst du dich da nochmal heilen. Das sehen wir auf... Links waren die doch, oder? Oh, weißt du? Die Schritte. Die sind doch da durch, oder? Entweder von da gekommen, oder da hingegangen. Waren wir da schon? Oh, ne. Ah, ganz langsam. Ach, ne. Ach, du schreiligst. Was geht denn hier ab? Jetzt gerade ein bisschen, äh, bisschen was von allem. Er kommt jetzt aber von links oder rechts? Ja, von links, glaube ich. Fuck! Was geht ab? Von links. Da läuft es aber gerade noch hinzu, oder? War das der Anfang? Von da sind wir hergekommen. Da geht es zum Anfang. Wo kommt denn der Penner jetzt her? Oh Gott. Das heißt, ich bin gerade durch den Web durchgelaufen quasi. Von links bis jetzt gekommen, oder? Da, wo ich am Anfang rechts gegangen bin. Gibt es denn keinen, äh, Transformator? Weißt du? Wir haben halt... Transformator. Konvertierer. Da waren wir ja, ne? Am Anfang bin ich gerade ausgegangen, das weiß ich immer. Dann geh wieder links. Da müsste ja noch viel sein, wo wir nicht haben. Was da? Damals jetzt? Ja, jetzt wieder zurück. Weil wir jetzt einfach weggerannt sind. Da müsste ja noch einige sein, weil wir nicht entdeckt haben. Ja, das ist... Ja, das ist ja der erste Raum. Da geht ja an Antifox hin, ne? Das ganze Kommando. AHHHHH! Raus! Ich muss raus, oder? Gott, Gott, Gott. Nein, das ist so ein Endrum. Das ist so geschockt, dass ich das noch nicht... Ja, weil du so schnell drauf zugerannt hast. Der ist auf mich zugerannt. Okay. Da waren wir, oder? Ja, da bin ich durchgerannt. Dann muss da jetzt vielleicht wahrscheinlich nichts mehr... Okay... Wird nichts sein, oder ist da eine Keycard? Was ist das? Das sieht scheiße aus. Lass es lieber. Liegt da was? Keycard liegt hier keiner, das ist ein anderer Raum. Oh, da liegt aber ein Toter. Mensch. Was? Was? Da. Wieso? Ah, das ist das Klo, oder? Das ist ein Klo, wo da rein... Könnte sein, ja. Raus! Na raus! Oh, wo mach ich denn jetzt? Haben wir noch einen anderen Weg? Oder wir können ja noch zwei anfangen. Ja, hab da doch gar nicht geschossen, Junge. Hat nicht so die Reactions, ey. Ja, wenn er kommt, ist er tot, gell? Ah! Ich bin safe. Aber wenn er jetzt reinkommt, dann schreie ich. Wir haben einen Fehler ins Spiel ausgenommen. Fuck you, sie nimmt man das, oder? Glitcht haben wir. Die laufen durch, dann sind wir safe. Dann sind sie ja am Anfang fast. Ah ja. Aha. Okay. Doch nix geused. Schwere Map, schwere Map. Die Schrift ist auch außerhalb von den Button, ey. Terminated by nine tailed fucks. Ja. Ich hab auch keine Ahnung, ob die Dinger, ob die Räumen drin sind, ob die vorkommen. Aber ich meine, dass der in seiner Beschreibung zum Map geschrieben hat, dass er jeden verfügbaren Raum eingebaut hat. Ja, wir sind noch nicht alle Wege gelaufen, glaub ich. Wir gucken uns die Beschreibung nochmal an. Und dann spielst du. Yes. Und dann gehst du nochmal am Anfang, bevor Nine-Hit-Fox kommt, links entlang und guckst. Ja. Hätte ich gesagt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Gameplay. Genau. Liken, abonnieren, favorisieren. Und schönen Kommentar schreiben. Jawoll. Bis dann. Tschüss.